Das mechanische Spannung der primäre Treiber für Muskelaufbau ist und trainingsinduzierte Muskelschäden und metabolischer Stress vielmehr eher als additiv anzusehen sind oder vielleicht sogar redundant. Einfach aus dem Grund, weil Muskelhypertrophie auch durch Training entstehen kann, was sehr wenig Muskelschäden erzeugt und kaum metabolischen Stress, aber mechanische Spannung. Und wenn du das beispielsweise dann auch auf die einzelnen Wiederholungsbereiche, die uns zur Verfügung stehen, beziehst. Moin, Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Deswegen diesmal wieder mit einem Gast, auch ein Wiederholungstäter. Ich weiß gar nicht zum wievielten Male. Auf jeden Fall schon öfter, wenn ich es nicht mehr zählen kann. Ich glaube, das vierte Mal. Ich bin mir gar nicht sicher. Fredrik Hölzel begrüße ich am anderen Ende. Diesmal mit professionellem Mikrofon. Sieht man jetzt nur auf YouTube. Daran sieht man auch, dass der Freddy öfter jetzt in Podcasts zu Gast ist und sich jetzt schon gewappnet hat. Sollte ihn noch jemand nicht kennen? Die meisten werden es tun, die Hörer des Podcasts, wie gesagt, wenn sie schon öfter reingehört haben. Der Fredrik ist Coach bei AP Methods. Glaube ich immer noch. Machst du immer noch den Master in Sports und Exercise Science oder bist du schon durch? Ich bin so gut wie durch, würde ich mal behaupten. Also ich bin gerade dabei, meine Thesis zu schreiben. Bin da auch schon relativ weit fortgeschritten, aber kann jetzt noch nicht genau sagen, wann das zum finalen Ende kommen wird. Aber ich hoffe mal, bis spätestens vor drei Jahren. Okay. Also in den finalen Zügen. Das nächste Mal werden wir einen Podcast aufnehmen. Obwohl, nee, wir haben ja noch was anderes geplant. Bald wird es soweit sein, sagen wir es mal so. Ansonsten ist der Freddy natürlich auch erfolgreicher GMBF-Athlet, wie gesagt Coach und stark in der Sportwissenschaft verwurzelt, interessiert und da haben wir auch schon viel Content produziert sozusagen. Erstmal nochmal herzlich willkommen. Cool, dass du wieder am Start bist. Und ja, wie ist so die Situation im Süden? Schneid es bei euch auch? Ja, Arne, danke dir erstmal für die Einladung. Freut mich auf jeden Fall, dass ich wieder hier sein darf. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht bei den letzten Malen. Wie du angesprochen hast, habe ich mich jetzt auch in die professionelle Podcast-Ebene bewegt mit meinem Mikrofon hier. Ich dachte, das wird auch mal Zeit, da so ein bisschen den Zuhörern nicht mehr den Ton von meinen alten Kopfhörern zuzumuten. Ja, sonst passt eigentlich alles soweit bei mir. Ich kann mich soweit nicht beschweren, muss mich natürlich auch irgendwo versuchen, dann die aktuelle Situation anzupassen. Das funktioniert bei mir persönlich recht gut und dementsprechend kann ich da eigentlich für mich als Person auch nicht viel aussetzen. Genau, bin aktuell am meisten damit beschäftigt, eben natürlich als Coach zu arbeiten, aber eben auch die These soweit voranzubringen. Das sind so eigentlich die zwei Hauptgebiete, auf die ich mich aktuell konzentriere. Gibt es irgendwelche neuen Wettkampfpläne, was das Bodybuilding-Thema angeht? Ja, also ich habe tatsächlich schon im letzten Jahr, also 2020, eine Phase hinter mir gebracht, wo ich über ein paar Wochen in einem Kalodien-Defizit war. Also ich bin bei einem Peak-Off-Season-Gewicht von ungefähr 97 Kilo gestartet, habe dann eben einen Cut durchgeführt bis 90, 89 Kilo, war dann über einen längeren Zeitraum wieder auf Erhaltungskalorien, mal plus minus. Also das Gewicht hat sich dann irgendwo bei 90 Kilo, also vielleicht ein Kilo drüber, über den Punkt, wo ich den vorherigen Cut beendet habe, eingefunden. Und seit ein paar Wochen befinde ich mich tatsächlich wieder in einem Cut. Bin aktuell bei rund 84 Kilo, war jetzt schon mal knapp unter 84 Kilo. Und das Ziel ist jetzt eben, den Trend noch unter 84 Kilo zu bringen und dann eben wieder in eine Phase überzugehen, in dem die Kalorien erhöht werden, dementsprechend auch irgendwo, ja, die Trainingsleistung wieder gefördert wird, vielleicht auch eine gewisse Dekomposition eintritt. Ich meine, ich bin aktuell noch an einem Punkt, wo es mir sehr, sehr gut geht. Also ich würde sogar sagen, vom Wohlbefinden her geht es mir besser als mit 97 Kilo. Also sportlich gesehen war ich mit 97 Kilo zwar noch stärker, aber das Training läuft auf jeden Fall so sehr solide. Und ich glaube, dementsprechend, dass nach dieser Phase auch auf jeden Fall noch so ein bisschen was in fettfreier Masse hinzukommen kann, bis ich dann eben so quasi in diesen formellen Teil der Wettkampfvorbereitung gehe, mit dem Ziel dann eben im Herbst Wettkämpfe eben im Natural Bodybuilding mitzunehmen. Genau. Okay. Also der Herbst ist anvisiert und da wird jetzt auch nicht dran gerüttelt oder der Plan Nee, zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Der wird erstmal ausgeführt, ja. Dann wird das sicherlich eine, hoffen wir, eine spannende Herbstsaison, wenn dann alles gut läuft. Finde ich halt sehr, sehr interessant. Und da werden wir sicherlich heute auch viele Übertrag haben oder Punkte finden zu den Themen, die wir besprechen wollen. Interessanterweise, dass du zum Beispiel auch bei dem Körpergewicht dich vom Wohlbefinden besser fühlst als bei einem höheren Körpergewicht zum Beispiel. Denn heute, also heute prinzipielles Thema heute soll für mich so ein bisschen sein. Also ich fand es ein bisschen schwer, das Ganze mit einem Thema zu klassifizieren, ja, sondern so ein bisschen Parameter finden für Progression, für Fortschritt, für Hypertrophie an sich. All das wollen wir mal so ein bisschen besprechen wieder. Zuallererst oder meine erste initiale Frage, komme ich gerade so ein bisschen drauf, weil ich zuletzt viel darüber nachgedacht habe und auch mit vielen Leuten darüber gesprochen habe. Das Thema Spezifität im Hypertrophie-Kontext oder im Kontext halt Bodybuilding an sich. Wie würdest du das definieren in deiner Definition? Ja, also grundsätzlich ist dieses Prinzip der Spezifität ein grundlegendes Prinzip der Sportwissenschaft beziehungsweise der Trainingsplanung, was im Grunde einfach nur besagt, dass wir als Organismus uns den Reizen letztendlich anpassen, den wir uns innerhalb des Trainings aussetzen. Also wenn man das beispielsweise jetzt auf Maximalkraft beziehen würde, das Spezifischste, was ich quasi machen kann, ist das, dass wenn man die drei Wettkampfübungen anschaut, dass ich entweder der Knie beuge, Bank drücken oder Kreuz heben mit einem One-Am mache, was ich auch tatsächlich nur einmal bewegen kann und eben in der Ausführung, die ich letztendlich dann auch bei einem Wettkampf nutzen würde. Heißt, wir wollen irgendwo das Prinzip der Spezifität allgemein im sportlichen Training nutzen, dass wir letztendlich auch die Anpassungen erzielen, die uns dann bei der Leistung helfen, die im Wettkampf abgefragt wird. Bei Hypertrophie ist es so, dass es in einem etwas anderen Kontext verstanden werden sollte, einfach in dem Sinne, weil Hypertrophie in dem Sinne keine spezifische Anpassung ist beziehungsweise keine spezifische sportliche Qualität, die man eben in einem limitierten Bereich möglichst spezifisch trainiert. Es ist vielmehr so, dass eben Hypertrophie eher als Nebenprodukt von sportspezifischen Anpassungen verstanden werden könnte. Heißt, ich kann mich in einem relativ breiten Wiederholungsbereich, Stichstrich Intensitätsbereich bezogen auf das One-Am bewegen und am Ende das gleiche Outcome erzielen, wenn es eben um die Vergrößerung des gesamten Muskels angeht. Heißt, ich kann beispielsweise im Bereich von fünf bis zehn Wiederholungen trainieren und ich kann mich vermutlich auch in einem Bereich von 30 bis 40 Prozent des Estimated One-Ams bewegen, was ungefähr auf ein 30 bis 40 RM, also Repetition Maximum hinausläuft, bewegen und ähnliche Anpassungen erzielen, wenn eben die relative Intensität auch hoch genug ist, beziehungsweise angeglichen wird. Was uns einfach aufzeigt, dass wir in der Hinsicht nicht auf eine superspezifische Anpassung hinarbeiten und dementsprechend auch irgendwo eine gewisse Flexibilität haben, was die Trainingsplanung angeht, die man eben irgendwo bezogen auf das Individuum, bezogen auf die Übungsauswahl aufgreifen kann, um letztendlich auch zu dem Outcome zu kommen, was eben in diesem Kontext Muskelhypertrophie ist, ist also eine Vergrößerung des gesamten Muskels. Also genau, ich finde es halt immer so interessant, dass man halt genauso Bodybuilding und da dann halt Hypertrophie, was wir halt benötigen, um halt auf der Bodybuilding-Bühne halt entsprechend erfolgreich zu sein, halt eben so schwer als Sportart zu quantifizieren ist oder dessen, was man halt spezifisch tut. Und das ist aber auch immer, finde ich, so das Schöne an diesem Sport, wenn man das so als Sport deklariert, dass wir halt diese Möglichkeit haben, so viele verschiedene Wege zu wählen, um halt das Ziel zu erreichen. Was das eigentlich sehr, sehr, wie soll ich das sagen? Es ist ja am Ende des Tages eine sehr, sehr monotone Arbeit, die wir verrichten von Tag zu Tag, Woche zu Woche, Jahr für Jahr. Aber das ist ja immer noch etwas, was uns da so ein bisschen, ja, Spielraum gibt zu kreieren halt, oder zu planen halt, wo dann die Trainingsplanung kommt, wo ich dann sehe halt, okay, wenn ich jetzt reines Powerlifting betreiben würde, wäre es wahrscheinlich noch mal monotoner, rein von dem, was ich Tag für Tag mache. Absolut, wobei man da auch sagen muss natürlich, dass, wenn du dir eine Trainingsplanung für Powerlifting ansiehst und das Ganze eben nicht nur auf den Zeitraum vor einem Wettkampf dir eben vor Augen führst, sondern eben ein gesamtes Trainingsjahr, also vermutlich ein Markterzyklus oder je nachdem, was man mit einem Markterzyklus versteht. Wenn man das betrachtet, es ist so, dass die Überschneidungspunkte von einem Training für rein Bodybuilding oder nur für den Sport des Bodybuildings, wenn man es so bezeichnen möchte, und Powerlifting sehr viele Überschneidungspunkte bietet. Einfach, weil bei Powerlifting eben nicht nur diese neuronale Komponente besteht, heißt, wir wollen eben nicht nur schauen, dass wir eben gewisse Anpassungen des Nervensystems erreichen, sondern wir wollen auch morphologische Anpassungen erreichen, heißt unter anderem auch Muskelhypertrophie, weil ein größerer Muskelquerschnitt eben durch mehr kontraktile Elemente heißt, ich habe mehr Elemente, die letztendlich Kraft erzeugen können, dass das eben auch langfristig gesehen oder mittelfristig gesehen einen enorm wichtigen Teil von Powerlifting bildet. Und in der Hinsicht hast du dann letztendlich auch relativ viel Gestaltungsmöglichkeiten, weil wie wir eben gerade festgestellt haben, ist Hypertrophie keine Anpassung, die eben von einem spezifischen Wiederholungsbereich abhängig ist, sondern vielmehr durch ein breites Wiederholungsspektrum erreicht werden kann. Und wenn ich dann beispielsweise als Powerlifter sehe, wenn ich relativ viel Bankdrücken mache in einem hohen Intensitätsbereich, dass ich da irgendwo Probleme mit den passiven Strukturen bekomme, kann ich beispielsweise auch auf Kurzhantelbankdrücken gehen und mich da eben in der Phase, wo mein Hauptziel Muskelhypertrophie ist, mich mehr auf höhere Wiederholungsbereiche, beispielsweise 8 bis 15, konzentrieren, statt immer nur irgendwo im Bereich zwischen 1 bis 6 Wiederholungen mich zu konzentrieren, was ohnehin vermutlich nicht das Effizienteste ist, wenn es um Muskelaufbau geht. Und da kann ich letztendlich auch diese Freiheit, die du genannt hattest, die uns irgendwo diese breiten Wiederholungsspektren ermöglichen, aufgreifen und das irgendwo auch ins Powerlifting-Training übertragen. Das ist, glaube ich, ein guter Übertrag oder ein guter Übergang zum nächsten Themenbereich sozusagen, nämlich das Thema Wiederholungsbereiche, wo du ja schon gesagt hast. Das ist halt ein großes Spektrum, was wir nutzen können. Man sollte bloß vielleicht verstehen, welchen Bereich man für welchen Hypertrophie-Mechanismus nutzt und wie man das sozusagen strategisch tut. Magst du vielleicht mal so wiedergeben, welche Wiederholungsbereiche du für welchen Hypertrophie-Mechanismus empfehlen würdest? Ja, ich würde die Antwort vermutlich beginnen mit einer kurzen Aufstellung, welche Mechanismen für Hypertrophie gibt es überhaupt. Dass der Zuhörer auch quasi von dem Standpunkt anfängt, wenn er eben da noch nicht auf dem aktuellsten Stand ist. Und zwar ist, ich glaube, 2018 oder Anfang 2019 eben mein Review-Paper rausgekommen von Schönfeld, Wackehage, Holmi und noch irgendeinem Forscher, das sich eben damit beschäftigt hat, welche Mechanismen führen nach Krafttraining dazu, dass eben der Muskel vergrößert wird. Und ein ähnliches Review-Paper gab es eben schon 2010 von Schönfeld, was eben drei Mechanismen hervorgebracht hat. Und zwar einmal gibt es eben die mechanische Spannung, Muskelschäden durch das Training induziert und den sogenannten metabolischen Stress. Und 2018 kam eben dieses Review-Paper raus, dass eben sozusagen die Evidenz, die zwischen 2010 und 2018 entstanden ist, aufgegriffen hat, um dieses Trifecta sozusagen, dieses Modell aus den drei Mechanismen zu aktualisieren. Und da scheint es eben so, wenn man diese Essenz des Review-Papers, wenn man sich darauf beschränkt, dass mechanische Spannung der primäre Treiber für Muskelaufbau ist. Und trainingsinduzierte Muskelschäden und metabolischer Stress vielmehr eher als additiv anzusehen sind oder vielleicht sogar redundant, einfach aus dem Grund, weil Muskelhypertrophie auch durch Training entstehen kann, was sehr wenig Muskelschäden erzeugt und kaum metabolischen Stress, aber mechanische Spannung. Und wenn du das beispielsweise dann auch auf die einzelnen Wiederholungsbereiche, die uns zur Verfügung stehen, beziehst, es ist so, dass du natürlich beim Satz mit 20 Wiederholungen mehr metabolischen Stress hast als mit 5 Wiederholungen. Allerdings ist es auch so, dass du natürlich bei 20 Wiederholungen oder mehr, wie auch immer, oder mit 15 Wiederholungen mechanische Spannung erzeugst, einfach weil deine Muskulatur kontrahiert, während du eben die konzentrische Phase ausführst, also wenn du das Gewicht überwindest, als auch wenn du das Gewicht ablässt und mechanische Spannung durch die Verlängerung des Muskels entsteht. Und dementsprechend ist es einerseits schwer, diesen ganzen Bereich zu erforschen, weil es sehr schwer ist, innerhalb von Krafttraining diese einzelnen Mechanismen sozusagen zu trennen. Heißt, wenn du irgendwo Krafttraining durchführst, wirst du immer einen gewissen Teil an mechanische Spannung erzeugen, beziehungsweise mechanische Spannung wird immer da sein, aber es wird auch bis zu einem gewissen Ausmaß Muskelschäden eintreten und es wird auch bis zu einem gewissen Ausmaß der Mechanismus von metabolischem Stress bedient. Wenn du natürlich, wie ich schon angesprochen hatte, dich eher in einen höheren Wiederholungsbereich bewegst, ist der metabolische Stress höher, einfach weil du diese Energiesysteme, die für kurzfristige Belastungen vorhanden sind, vor allem ATP und Phosphor-Kreatin, auf diese nicht mehr zurückgreifen kannst, wenn die Belastung eben länger andauert, wie bei höheren Wiederholungsbereichen. Und da ist eben so ein bisschen die Spekulation, dass entweder metabolischer Stress dazu führt, bei diesen höheren Wiederholungsbereichen, dass ein ähnlicher Reiz wie mit niedrigeren Wiederholungsbereichen entstehen kann. Aber es scheint vielmehr so oder es ist vielmehr der Standpunkt der meisten Forscher, dass dieser metabolische Stress in diesem Modell eher dazu führt, dass durch diese lokale Ermüdung, die dadurch im Muskel entsteht, eine höhere Faserrekrutierung eintritt. Heißt, die Fasern, die letztendlich das größte Potenzial für Muskelhypertrophie haben, die wir irgendwo bedienen oder die wir rekrutieren, indem wir ausreichend nah bis zu Muskelversagen trainieren, dass die eben früher rekrutiert werden durch den metabolischen Stress, weil der Muskel ermüdet und dadurch eben mehr Fasern rekrutiert werden müssen, um das Gewicht zu bewegen. Und dementsprechend ist irgendwo so der Gedankengang, dass auch in diesen höheren Wiederholungsbereichen mechanische Spannung tatsächlich der primäre Treiber ist, aber natürlich metabolischer Stress irgendwo doch einen Faktor darstellt, zumindest in dem Sinne, dass du eben durch diese lokale Ermüdung, durch den metabolischen Stress eine erhöhte Faserrekrutierung erreichst. Und das kann ich natürlich irgendwo aufgreifen, selbst wenn ich die Annahme habe, dass metabolischer Stress ein potenter Reiz für Muskelhypertrophie darstellt, indem ich ein relativ breites Wiederholungsspektrum eben nutze und das irgendwo auch anhand der Übungsauswahl natürlich festmache, wo ich diese hohen Wiederholungsbereiche nutze und wo ich sie vielleicht eher nicht verwende. Also ist es, wie soll ich sagen, kann man ja mittlerweile, wenn man sich jetzt genau das von 2018 anguckt, sollte man jetzt einfach dann davon ausgehen, erstmal davon ableitend, dass wir halt die mechanische Spannung halt zum Großteil in den Vordergrund rücken sollten, wenn wir unsere Trainingsplanung ansehen und die zwei anderen Mechanismen natürlich nicht außer Acht lassen sollten. Wie siehst du da so die Gewichtung für eine sinnvolle Trainingsplanung? Ja, also grundsätzlich würde ich auf jeden Fall mechanische Spannung nie den anderen beiden Mechanismen sozusagen unterordnen, in dem Sinne, dass du beispielsweise natürlich metabolischen Stress mithilfe von sehr kurzen Pausenzeiten in die Höhe treiben kannst. Aber wie wir eben wissen, sind sehr kurze Pausenzeiten eher kontraproduktiv vom Muskelaufbau, was uns irgendwo zeigt, dass wenn wir metabolischen Stress priorisieren, indem wir sehr kurze Pausen ausführen, gleichzeitig aber auch irgendwo die mechanische Spannung auf die Fasern reduzieren, die das höchste Potenzial für Muskelaufbau haben. Und das zeigt uns irgendwo, dass wir bezogen jetzt rein auf metabolischen Stress diesen Mechanismus vermutlich nicht über mechanische Spannung stellen sollten. Bei Muskelschäden ist es wiederum so, dass diese natürlich auch ab einem gewissen Punkt kontraproduktiv sind. vom Muskelaufbau einerseits. Einfach, weil ich sozusagen die Möglichkeit, mir die Möglichkeit nehme, dass ich quasi zeitnah wieder trainiere. Heißt, wenn ich ein sehr, sehr hohes Ausmaß an Muskelschäden erzeuge, verlängere ich natürlich auch irgendwo die Zeit, bis ich mich wieder an dem Punkt befinde, an dem ich mich erholt habe und dementsprechend wieder einen effektiven Reiz auf die Muskulatur bringen kann. Und wenn das eben zu sehr in die Höhe getrieben wird, proaktiv, wird es vielmehr so sein, dass ich eben Muskelypertrophie reduziere oder zumindest nicht in dem Maß erzeuge, wie ich es könnte, wenn ich Muskelschäden einfach nur als, erst mal nur als Nebenprodukt von Training sehen würde, weil es eben, wie gesagt, so ist, dass Muskelschäden als auch metabolischer Stress, wenn ich Krafttraining durchführe, so progressives Krafttraining, dass diese Mechanismen irgendwo bedient werden. Aber ich sollte sie vermutlich nicht über mechanische Spannung stellen, weil das eher dazu führt, dass ich eben den Reiz für Hypertrophie über einen gewissen Zeitraum reduziere, als dass ich ihn erhöhe. Hast du sozusagen, wenn wir wieder noch mal kurz bei den Muskelschäden bleiben, in der Trainingsplanung kann man ja dann davon ausgehen und das ist etwas, wo ich mir in letzter Zeit sehr viel Gedanken drüber gemacht habe, das Thema halt das exzentrische Überladen des Muskels, wo eine hohe mechanische Last stattfindet, wo wir wahrscheinlich mehr Muskelschäden produzieren und vor allen Dingen das Überladen des Muskels in der verkürzten Position. Sind das Gedankengänge, die in deiner Trainingsplanung stattfinden, aktiv, bewusst oder eher unterbewusst? Bezüglich der Überlastung in der exzentrischen Phase ist es ja von der Theorie her so, dass du in der exzentrischen Phase mehr Kraft entfalten kannst als in der konzentrischen Phase. Das Problem ist lediglich, wenn du dir das Krafttraining ansiehst, was wir in der Praxis umsetzen können, dass wir diese Überlastung der exzentrischen Phase gar nicht nutzen können, weil die Bewegung letztendlich durch die Kraft in der konzentrischen Phase limitiert wird. Wenn du das zum Beispiel vergleichst mit Laborbedingungen, wo du eben verschiedene Maschinen hast, wo du eben eine höhere Last in der exzentrischen Phase bewegen kannst als in der konzentrischen Phase, stehen uns eben diese Möglichkeiten nicht in der eigentlichen Trainingspraxis zur Verfügung. Heißt, ich bin irgendwo immer limitiert davon, was ich in der konzentrischen Phase bewegen kann. Wenn du dir ein Bankdrücken anschaust und 100 Kilo auf die Stange lädst und das eben in der konzentrischen Phase vielleicht einmal überwinden kannst, wirst du das irgendwo sicher öfters unter muskulärer Kontrolle in der exzentrischen Phase überwinden können beziehungsweise unter muskulärer Kontrolle nach unten absenken können. Das Problem ist nur, dass diese Trainingsmethoden letztendlich auch ein sehr hohes Ausmaß an Muskelschäden erzeugen und andererseits auch gegenüber von Training, was exzentrisch und konzentrisch gleichzeitig ist, unterlegen ist. Heißt, wenn ich beispielsweise Bankdrücken ausführe und ein Gewicht wähle, was ich in der konzentrischen Phase bewegen kann und in der exzentrischen Phase, wird mir das in meiner Trainingsplanung mehr weiterhelfen, als wenn ich sozusagen Force-Traps ausführe und sozusagen nur die exzentrische Phase überwinde, was gleichzeitig auch eben zu mehr Muskelschäden führt, weil ich eben in der verlängerten Position des Muskels einen höheren Reit setze, der aber eben im Kontext einer normalen Trainingsplanung nicht zwangsläufig zu mehr Hypertrophie führt. Du hast ja vorhin das Thema Pausenzeiten angesprochen, gerade wenn es jetzt um den metabolischen Stress geht, dass man das natürlich durch Pausenzeiten forcieren könnte, was natürlich nicht zu raten ist, was du ja auch schon angemerkt hast. Wenn wir jetzt mal Wiederholungsbereiche und Pausenzeiten so ein bisschen thematisieren, was wären so deine grundsätzlichen Empfehlungen für sinnvolle Pausenzeiten? Ja, also Pausenzeiten sind in dem Sinne wichtig, weil wir sozusagen nach einem Arbeitssatz vermeiden möchten, dass wir in den nächsten Arbeitssatz mit zu viel oder mit einer hohen zentralen Ermüdung in den nächsten Satz reingehen. Einfach aus dem Grund, weil diese zentrale Ermüdung, die kurzfristig nach einem Arbeitssatz auftritt, dafür sorgt, dass wir eben diese Muskelfasern, die das höchste Wachstumspotenzial haben, für einen ganz kurzen Zeitraum, je nachdem, welche Übungen wir ausführen in welchem Wiederholungsbereich, nicht mehr rekrutieren können. Und das ist eben irgendwo abhängig von der Bewegung, die ich ausführe. Das heißt, bei einer Isolationsübung werde ich weniger akute Ermüdung erzeugen als bei einer Mehrgelenksbewegung, was eben auch daraus resultiert, dass wir irgendwo davon ausgehen können, dass wir bei Isolationsübungen auch kürzere Pausenzeiten verwenden können als bei Mehrgelenksbewegungen. Einfach, weil wir wieder schneller an dem Punkt sind, wo wir einen möglichst effektiven Reiz innerhalb eines Arbeitssatzes setzen können. Und bei Mehrgelenksbewegungen ist es eben so, dass ich mir vermutlich etwas mehr Zeit nehmen sollte, bis ich eben in den nächsten Arbeitssatz gehe. Grundsätzlich ist es da eben so, dass irgendwo eine praktikable Heuristik, es eine praktikable Heuristik darstellt, wenn man sagt, gehe den nächsten Satz an, wenn du dich wieder bereit dazu fühlst. Es gibt lediglich Personen, die grundsätzlich dazu neigen, sehr kurze Pausen auszuführen, einfach weil sie dieses Gefühl haben möchten, stark unter Belastung zu sein. Und in diesen Fällen macht es dann eben mehr Sinn, irgendwo tatsächlich auf die Uhr zu schauen und zu versuchen, eher bei Isolationsübungen vielleicht 60 bis 120 Sekunden zu pausieren und bei Mehrgelenksbewegungen eher 3 bis 5 Minuten. Sondern dass man eben irgendwo sicherstellen kann, dass der nächste Arbeitssatz auch letztendlich möglichst effektiv hinsichtlich Muskelaufbau ist. Genau, dass man mal so einen Anhaltspunkt hat für den Hörer. Was könnte so realistisch sein? Und die Beobachtung, dass es Personen gibt, die das immer gerne kurz halten, um halt immer möglichst belastet zu sein und das Training so positiv empfinden. Oder halt auch das andere Ende des Spektrums, Menschen, die dann halt gerne mal 10 Minuten pausieren, zwischensetzen, weil sie dann vielleicht zu viel Zeit am Handy verbringen. Dass man da mal so ein Parameter hat, wo man sagt, okay, also 5 Minuten ist dann wirklich wahrscheinlich das Limit, wo man sich dann danach nichts Positives mehr tut, sondern es dann wieder in die andere Richtung geht. Ja, ich denke auch, dass es grundsätzlich nicht verkehrt ist, wenn man nach einem anstrengenden Satz Kniebeugen auch mal 6, 7 Minuten pausiert. Ich glaube, dass das bei den meisten Leuten eben nur irgendwo zu einem Problem der Zeiteffizienz wird, wenn du irgendwann ein Training absolvierst, was am Ende 3 Stunden dauert, aber eigentlich 1,5 Stunden dauern könnte mit der gleichen Effektivität. Das ist natürlich irgendwo immer ein Drahtseilakt. Heißt, ich sollte vermutlich auch das Ganze nicht zu sehr ausreizen, sondern wirklich irgendwo darauf achten, wann fühle ich mich wieder dazu bereit und gleichzeitig vielleicht auch so ein bisschen auf die Uhr schauen, okay, vielleicht sollte ich nach 1,5 Minuten, auch wenn ich mich wieder ganz gut fühle, noch nicht in den nächsten Satz bei der Kniebeuge gehen. Das ist dann auch so eine Sache, wo so ein bisschen die Intuition walten sollte, weil das auch natürlich zwischen Individuen unterschiedlich ausfällt, wie schnell man sich letztendlich wieder erholt. Ja, ich glaube, da gibt es gerade, was so ganz Bodybuilding-spezifisches Training angeht, wirklich Zeiträume oder die im Gym verbracht werden, wenn die Gyms dann aufhaben, wo man dann überlegt, okay, 3-Stunden-Training oder 4-Stunden-Training, ob das dann noch zeiteffizient ist. Ja, ich meine, manche Leute sozialisieren sich ja natürlich auch gerne im Gym, treffen sich mit den Freunden, da kann das dann auch gut und gerne mal länger dauern. Aber wenn man persönlich so irgendwo die Zielsetzung hat, die Einheit einfach so schnell wie möglich hinter sich zu bringen, ohne dass die Qualität eben der Arbeit darunter leidet, da macht es dann vielleicht schon Sinn, irgendwo das Ganze nicht zu sehr auszudehnen, solange man eben das Gefühl hat, auch wirklich erholt zu sein zwischen den einzelnen Sätzen. Gut, wenn wir nochmal auf den, so ein bisschen, oder was heißt, auf die Wiederholungsbereiche zurückkommen, sondern so ein bisschen ins nächste Thema gehen, was da so mit reinspielt, ist das Thema Periodisierung im Bodybuilding. Siehst du in gewisser Weise eine Sinnhaftigkeit da drin? Also die Periodisierung, was man sonst so kennt, ist ja auch aus dem reinen Kraftsport, Blockperiodisierung, also dass man verschiedene Phasen halt hat. Wie ist so deine aktuelle Meinung dazu, der Sinnhaftigkeit etwas zu periodisieren im reinen Hypertrophietraining? Moin, moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrecher, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypertrophiefortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit deinem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich. Ja, grundsätzlich schreibt ja Periodisierung, dass ich irgendwo versuche, die Trainingsvariablen so zu manipulieren, dass ich über die Zeit eine höhere Leistungsfähigkeit erreiche. Und wenn man sich dann so ein bisschen komplexere Definitionen ansieht, wird dann meistens noch hinzugefügt und gleichzeitig auch das Verletzungsrisiko reduziert und gleichzeitig eben auch versucht, Monotonie zu vermeiden. Und im Kontext von Hypertrophie sehe ich tatsächlich diese letzten zwei Punkte als wichtiger an. Als den ersten Punkt heißt, dass es auch irgendwo so ein bisschen wieder mit dem Punkt der Spezifität verknüpft, den wir vorhin schon hatten. Bei Bodybuilding ist es eben so, oder Hypertrophie vielmehr. Es ist so, dass grundsätzlich Periodisierung nicht diesen Vorteil mit sich bringt, wie beispielsweise bei Maximalkraft, wo man eben ganz klar sieht, dass eine Manipulation der Variablen über Zeit sinnvoller ist, als wenn man eben alles statisch hält. Und bei Hypertrophie scheint es eben vielmehr so zu sein, dass, wenn ich mich in einem Bereich befinde, in dem die Anzahl der Arbeitssätze als auch die Wiederholungszahlen in einem effizienten Bereich für Hypertrophie bleibt, dass ich nicht wirkliche Unterschiede sehe, wenn man jetzt verschiedene Periodisierungsmodelle sich ansieht. Zum Beispiel eben diese traditionelle Periodisierung, auch lineare Periodisierung genannt, wo du eben über die Zeit die Wiederholungszahlen abfallen lässt. Oder wenn man sich beispielsweise eine wellenförmige Periodisierung ansieht, wo du eben innerhalb einer Woche oder innerhalb von zwei Wochen, je nachdem, welches Modell man sich ansieht, eben mehr Variationen beinhaltet hat, in dem Sinne, dass du verschiedene Wiederholungsbereiche in einem kürzeren Zeitraum nutzt. Und hier scheint es, wie gesagt, so zu sein, dass, wenn ich irgendwo diese grundlegenden Parameter für Hypertrophie abdecke, die eben den Reiz irgendwo in einen optimalen Bereich in Anführungsstrich bringen, dass das konkrete Modell, was ich verwende oder die Variation, die ich dann tatsächlich in der Planung habe, eher sekundär ist, beziehungsweise keinen wirklichen Einfluss hat. Weshalb ich mich vielmehr darauf konzentrieren würde, was ermöglicht mir sozusagen Freude am Training? Wie kann ich gleichzeitig das Verletzungsrisiko über Zeit reduzieren und dementsprechend auch irgendwo Monotonie vermeiden, wenn man das sozusagen auf die Freude bezieht? Und da macht es dann natürlich schon irgendwo Sinn, darüber nachzudenken, wie kann ich beispielsweise Variationen hinsichtlich der Übungsauswahl über die Zeit integrieren? Kann ich beispielsweise nach ein bis zwei Zyklen gewisse Isolationsübungen austauschen, um einfach die Monotonie etwas aufzubrechen? Kann ich beispielsweise von einem etwas niedrigeren Wiederholungsbereich in einen tendenziell etwas höheren Wiederholungsbereich gehen, um vielleicht auch einen höheren Pump zu erzeugen, was sehr subjektiv für viele auch wichtig ist und dementsprechend irgendwo sozusagen diesen Grundgedanken von Periodisierung nutzen, um einfach Kontinuität zu gewährleisten, indem man eben Monotonie vermeidet und das Verletzungsrisiko reduziert, in dem man beispielsweise auch nicht nur das Ganze auf die Übungsauswahl und auf die Wiederholungsbereiche bezieht, sondern beispielsweise auch, wie gestalte ich den Umfang für die einzelnen Muskelgruppen über Zeit? Heißt, bleibe ich bei einem relativ statisch hohen Volumen oder baue ich beispielsweise auch mal nach drei bis vier Zyklen proaktiv Phasen ein, indem ich das Volumen herunterbringe, um einfach zu gewährleisten, dass die passiven Strukturen auch eine möglichst hohe Integrität über die Zeit aufweisen, um letztendlich dann auch wieder Kontinuität zu ermöglichen. Und das sind so mehr die Punkte, die ich im Kontext von reinem Hyperthrofietraining sozusagen beachten würde im Vergleich zu konventionellem Krafttraining oder Training, was auch auf Maximalkraft abzielt. Also nicht das typische, sich auf bestimmte Wiederholungsbereiche oder bestimmte Adaptions konzentrieren während einer bestimmten Trainingsphase, sondern eigentlich wahrscheinlich konstant alle relevanten Parameter immer mit einbringen und dann, wie du schon gesagt hast, auch so ein bisschen danach gehen, was der Trainierende natürlich auf Dauer kontinuierlich mit Spaß ausführt. Das ist halt immer, finde ich halt immer schwer, also sehr, sehr wichtig, aber es ist halt immer schwer, das zu quantifizieren halt. Also der Faktor ist enorm wichtig, aber du kannst ihn halt ganz schwer mit Zahlen belegen halt. Wie viel Return of Investment hast du sozusagen dadurch, dass der Trainierende halt konstant das Training gerne ausführt halt. Das merkst du halt wahrscheinlich erst, wenn du gerade als Coach mit Athleten lange, lange zusammenarbeitest und die Entwicklung dann so ein bisschen mitbekommst. Ja, ich glaube, was man auch an mehr objektiven Daten vielleicht erkennen kann beziehungsweise an Zahlen, dass wenn du dir zum Beispiel sowas wie eine Session-API ansiehst, kann es zum Beispiel sein, dass für dich als Coach der Eindruck entsteht, dass die Einheit eigentlich relativ einfach ist. Du hast vielleicht nur eine begrenzte Anzahl von Übungen, die du ausführst und nicht mit einem super hohen Arbeitsumfang, aber die Person wertet die Einheit auf dieser Session-API-Skala, also wie schwer war die Einheit insgesamt, relativ hoch. Kann das auch irgendwo ein Indiz dafür sein, dass irgendwo so dieser Spaßfaktor in dem Kontext oder in dieser Situation etwas untergeht, weil die externe Belastung zwar nicht wirklich hoch ist, aber die interne Belastung ist vielleicht wesentlich höher als gedacht, einfach weil die Person vielleicht innerlich ja nicht wirklich diese Motivation verspürt, diese Einheit zu absolvieren und dementsprechend natürlich auch irgendwo der Anstrengungsgrad höher wird, weil sozusagen mehrere Sätze eine höhere Überwindung darstellen, als es vielleicht von außen der Anschein ist. Und dementsprechend kann ich auch irgendwo versuchen, so ein bisschen anhand von Daten diese Art zu evaluieren, ob die Einheit tatsächlich wirklich so ist anhand der Trainingsleistung und anhand der allgemeinen Struktur, wie ich mir das sozusagen von außen vorstelle. Ist, glaube ich, ein super Tool, um das so ein bisschen versuchen zu moderieren mit der Zeit. Das, was auf dem Zettel halt so aussieht, kann halt empfunden, das komplette Gegenteil sein. Und ich glaube, gerade in dieser Tage, wo die meisten Zuhörer wahrscheinlich auch eher in den höheren Wiederholungsbereichen arbeiten müssen, ist auch das, glaube ich, so ein Faktor, wo wir vielleicht auch nochmal jetzt auf das Thema eingehen können. Ich nenne es halt immer so diesen Kostenfaktor Ermüdung oder die Währung Ermüdung, die man halt zahlt für das, was man an Reiz setzen kann. Kannst du da vielleicht mal so wiedergeben, was überhaupt unter Ermüdung zu verstehen ist? Welche Arten es dort gibt? Wie man da so unterscheiden kann? Ja, okay. Also grundsätzlich würde ich Ermüdung oder Ermüdung wird in der Sportwissenschaft so verstanden, dass quasi die abrufbare Leistungsfähigkeit geringer ausfällt als zuvor. Beispielsweise, wenn ich eine Trainingseinheit absolviere, werde ich wahrscheinlich mehr Leistung abrufen können als nach der Trainingseinheit, weil einfach sozusagen diese Ermüdung zu einem geringeren Kraftniveau oder zu einer allgemein geringeren Leistungsfähigkeit führt. Und dahinter stecken eben verschiedene Mechanismen. Man hat eben im Allgemeinen die zentrale Ermüdung und die periphere Ermüdung. Die zentrale Ermüdung bezieht sich eben auf das zentrale Nervensystem, heißt Gehirn- und Rückenmark. Und die periphere Ermüdung bezieht sich eben viel mehr auf die lokalen Ermüdungserscheinungen, also die Ermüdungserscheinungen, die innerhalb der Muskulatur auftreten. Und da ist es eben so, dass innerhalb einer Trainingseinheit zentrale Ermüdung als auch periphere Ermüdung auftritt. Wir hatten ja gerade das Thema auch mit den Pausenzeiten, dass wir da irgendwo auch versuchen, dieses kurzfristige Auftreten von zentraler und periphere Ermüdung aufzugreifen, indem wir ausreichend lange pausieren, abhängig von der jeweiligen Übung. Und dann gibt es natürlich eben auch noch die Ermüdung, die nach den Trainingseinheiten anhält, was ja in gewisser Art und Weise etwas komplexer ist oder komplexer erscheint nach dem, was wir eben zum aktuellen Zeitpunkt wissen. Und zwar ist es so, dass nicht wie häufig angenommen irgendwo die zentrale Ermüdung per se lange nach Training anhält, beispielsweise wenn man Kniebeugen ausführt oder Kreuzheben, sondern viel mehr zentrale Ermüdungen in einem höheren Ausmaßauftritt abhängig von dem Ausmaß an Muskelschäden heißt. Wenn wir ein hohes Ausmaß an Muskelschäden erzeugen innerhalb der Trainingseinheit, die eben dann auch nach der Trainingseinheit anhalten, wird es so sein, dass ich davon ausgehend auch eine höhere zentrale Ermüdung habe, was einfach dazu führt, dass der Zeitraum, bis ich sozusagen wieder alle Muskelfasern rekrutieren kann, länger ausfällt, als wenn ich ein geringeres Ausmaß an Muskelschäden hätte und damit auch ein geringeres Ausmaß an zentraler Ermüdung. Heißt, wenn wir uns überlegen, wie wir sozusagen Ermüdung innerhalb einer Trainingsplanung für Bodybuilding beispielsweise am besten managen können, sollten wir uns überlegen, wie viel Mikrotraumata, Mikrotraumata, also Muskelschäden erzeugt die jeweilige Trainingseinheit und wann macht es dementsprechend vermutlich Sinn, wieder die gleiche Muskelgruppe zu trainieren, die eben dieses Ausmaß an Muskelschäden erfahren hat. Und das hat natürlich dann auch irgendwo Auswirkungen auf die Trainingsfrequenz, auf den Trainingsumfang, den ich über eine Woche akkumulieren kann. Und ja, diese Muskelschäden sind dann letztendlich auch der Faktor, der den größten Einfluss darauf nimmt, wie sozusagen die Leistungsfähigkeit von einer zur nächsten Einheit sich verhält. Und die zentrale Ermüdung ist dann vielmehr sozusagen eine Folge von diesen Muskelschäden. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen gerade auf das aktuelle Szenario eingeht und man überlegt, okay, gerade so der Wiederholungsbereich 15 bis 30 oder da drüber, wo würde man da am meisten Ermüdung wahrscheinlich akkumulieren, in welchem Bereich? Ja, grundsätzlich ist es so, dass du natürlich durch den metabolischen Stress, vor allem wenn du diese Wiederholungsbereiche auch bei Mehrgelenksbewegungen nutzt, dass du da natürlich insgesamt ein höheres Ausmaß an Ermüdungen erzeugst. Weil wir einfach auch wissen, dass zentrale Ermüdung vor allem akut kurzfristig von der Dauer der Belastung abhängt. Heißt, wenn wir uns einen Satz anschauen, den wir vielleicht bis acht Wiederholungen bis zum Muskelversagen absolvieren bei der gleichen Übung oder 30 Wiederholungen bis zum Muskelversagen, werden wir bei dem Satz mit 30 Wiederholungen vermutlich mehr Ermüdungen erzeugen als mit dem Satz wie mit acht Wiederholungen. Heißt, das kann ich einerseits aufgreifen, indem ich irgendwo die Pausenseiten dementsprechend autoregulativ reguliere und ich sollte dann natürlich auch schauen, wie wirkt sich das insgesamt auf meine Regenerationsfähigkeit über die Woche gesehen aus und wie kann ich dementsprechend auch irgendwo den Umfang innerhalb einer Trainingseinheit regulieren, sodass ich über die Woche gesehen eben ein angemessenes Ausmaß an Umfang akkumulieren kann. Wenn man jetzt noch mal eine Stufe daneben geht sozusagen und Ermüdungen jetzt auch noch mal auf mentaler Ebene sieht, wo siehst du da am meisten oder wie sollte man das so ein bisschen einordnen als Athlet oder das vielleicht auch ein bisschen mit einbeziehen in seine Leistungsfähigkeit und dem, was man halt an Performance erbringt? Ja, das greift so ein bisschen den Punkt auf, den wir gerade hatten mit dem Vergleich der externen Last und der internen Last heißt, wie hoch fällt der Workload extern gesehen aus, wie viel Volumen akkumuliere ich und wie wirkt sich das dann tatsächlich innerlich aus, heißt, wie nehme ich auch diesen Stressor wahr und wenn ich beispielsweise für mich merke, dass der Wiederholungsbereich von 10 bis 20 insgesamt weniger mentale Überwindung, weniger mentale Ermüdung erzeugt als der Wiederholungsbereich von 20 bis 30 Wiederholungen, liegt es auf der Hand, dass ich mich tendenziell bei den meisten Übungen, wenn es mir eben möglich ist, mich in diesem Bereich ansiedle, als eben in einem höheren Wiederholungsbereich, einfach weil wir davon ausgehen können, dass diese mentale Ermüdung auch irgendwo dazu führt, dass wir einen geringeren Anstrengungsgrad haben und dadurch eben auch eine geringere Phase-Rekrutierung auftritt, weil wir natürlich irgendwo einen hohen Kraftaufwand während den einzelnen Sätzen betreiben möchten, um einen hohen mechanischen Reiz auf die Fasern zu erzeugen und wenn ich sozusagen durch mentale Ermüdung früher den Satz beenden muss, ist es natürlich so, dass irgendwo auch das Ausmaß der Anpassung irgendwo reduziert werden kann und das ist auch soweit durch die Sportwissenschaft belegt, dass zum Beispiel vor der Trainingseinheit eine mentale, höhere mentale Belastung auch zu einer Reduktion der Leistungsfähigkeit auf körperlicher Ebene führt, als wenn ich eben diese mentale Belastung vor der Trainingseinheit, wenn ich diese eben nicht habe und das kann ich dann natürlich auch irgendwo aufgreifen, indem ich das Training so gestalte, dass meine Präferenzen irgendwo aufgegriffen werden. Finde ich sehr, sehr interessant und auch sehr, sehr wichtig. Also gerade wenn man das eine auf das andere abstimmt und anpasst, glaube ich, dass das ein sehr, sehr starker oder wichtiger Faktor werden kann, wenn der Faktor Zeit da nochmal sozusagen drüber geht und das dann darauf abgeglichen angepasst ist. Und was mir dazu noch einfällt, das Thema relative Intensitäten, da wissen wir ja, dass wir halt in den höheren Wiederholungsprozessen Bereichen halt deutlich näher ans Muskelversagen müssen, um die gleiche Stärke oder die gleiche Rekrutierung an Muskelfasern zu haben, ist, glaube ich, auch ein Faktor, den man mit einbeziehen sollte in dieses Thema mentale Ermüdung. Ja, also ich denke, ich denke, das kommt auch irgendwo aufs Individuum drauf an. Manche Leute verspüren natürlich enorm Spaß, wenn sie quasi Sätze ausführen, wo der Pump sehr hoch ist, wo auch irgendwo dieses Gefühl von lokaler Ermüdung vorhanden ist. Und da kann man vermutlich dann dafür argumentieren, dass diese Sätze insgesamt, wenn man den ganzen Organismus betrachtet, nicht so ermüdend sind, wie Sätze in einem niedrigeren Wiederholungsbereich, vielleicht bei der gleichen Übung. Aber es ist natürlich schon so, dass ich bei höheren Wiederholungsbereichen und bei einer höheren Nähe zum Muskelversagen insgesamt mehr Ermüdung erzeuge und das natürlich irgendwo auch in der Trainingsplanung aufgegriffen werden sollte. Cool. Dann würde ich quasi jetzt zu einem Thema übergehen, was jeden Trainieren in jeder Trainingseinheit quasi begleitet, das Thema Progression Progressive Overload oder wie man das Ganze halt für sich terminieren möchte. Welche Parameter würdest du da heranziehen und vielleicht auch welche Zeiträume sind da sinnvoll? Ja, also aus meiner Sicht hängen beide Punkte irgendwo davon ab, wie weit ich in meiner Trainingskarriere fortgeschritten bin. Heißt, wenn ich natürlich irgendwo neu im Krafttraining bin, werde ich natürlich sehr schnell, viel schneller Erfolge erzielen, sei es bei meinem Kraftniveau als auch eben bei visuellen Veränderungen. Heißt, ich werde irgendwo auch bei meinem Spiegelbild schneller Veränderungen wahrnehmen, als wenn ich schon zehn Jahre Krafttraining betreibe und das ist irgendwo auch eine Sache, die wir aufgreifen sollten, wenn es eben um die Evaluation der Trainingsplanung geht und ob diese eben die gewünschte Effektivität hinsichtlich Muskelaufbau mitbringt oder eben auch nicht. Grundsätzlich ist es eben so, dass die Trainingsleistung, also unser Kraftniveau in den relevanten Wiederholungsbereichen der praktikabelste Indikator dafür darstellt, ob eben Anpassungen auftreten oder nicht. Heißt, wenn ich in einem plausiblen Zeitraum für meinen Trainingsalter sehe, dass meine Trainingsleistung vor allem auch bei Isolationsübungen, wo die neuronale Komponente geringer ist, erhöht wird, kann ich auch davon ausgehen, dass ich letztendlich meiner Muskulatur einen ausreichend hohen Reiz gegenüberbringe, dass eben diese Anpassung entsteht. Weil warum sollte ich sonst stärker werden? Das ist auch so ein bisschen die Frage, was war zuerst da, Henne oder Ei? Wenn ich sozusagen dieses Höhere, wenn ich sozusagen nicht mehr Muskulatur aufgebaut hätte, hätte ich vermutlich auch nicht dieses höhere Kraftniveau. Klar kann man natürlich irgendwo dafür argumentieren, dass bei mehr Gelenksbewegungen vor allem in einem Anfängerstadium natürlich sehr viel neuronale Einflüsse auch vorhanden sind. Heißt, ich werde irgendwo effizienter im Bewegungsmuster und kann dadurch auch mehr Gewicht bewegen, ohne dass sich hinsichtlich meiner Muskelmasse etwas verändert. Aber je weiter fortgeschritten ich bin, desto mehr wird letztendlich auch die Aussagekraft der Trainingsleistung bei diesen Mehrgelenksbewegungen vorhanden sein hinsichtlich Muskelaufbau. Und dementsprechend kann ich das irgendwo auch in meiner Evaluation aufgreifen, indem ich nicht nur eben diese Mehrgelenksbewegungen betrachte, indem ich zum Beispiel schaue, wie fällt meine Trainingsleistung bei den Kniebeugen aus in einem Bereich von acht bis zwölf Wiederholungen über einen Zeitraum von vielleicht vier bis acht Wochen, sondern wie verhält sich beispielsweise auch die Trainingsleistung bei einem Beinstrecke, weil ich da natürlich nochmal diesen neuronalen Einfluss minimiere, weil wie effizient kann ich an einem Beinstrecke werden? Ich strecke einfach nur mein Kniegelenk gegen Widerstand. Und wenn ich die Range of Motion beibehalte, kann es eben auch ein sehr guter Indikator dafür sein, ob letztendlich Anpassung eintritt oder nicht, weil wenn mein Kraftniveau höher wird in diesem Bereich, kann ich auch davon ausgehen, dass mehr kontraktile Einheiten, also mehr Elemente in der Muskulatur vorhanden sind, die letztendlich auch dafür sorgen, dass der Muskel mehr Kraft erzeugen kann, was ja auch irgendwo ein sehr großer Einfluss von Kraft grundsätzlich darstellt. Was mir dabei immer oder was mir in den letzten Jahren aufgefallen ist, in der Coaching-Arbeit ist, dass man dabei auch immer einbeziehen muss, ob man halt wirklich konstante Wiederholungsabfolgen sieht oder der Trainierende macht oder so eine Art Rest-Pause-Training betreibt. Was ich damit meine ist halt, das wird jeder Trainierende kennen, wenn wir jetzt zum Beispiel die Beinpresse nehmen und wir zielen auf 15 Wiederholungen ab oder vielleicht auf 20 Wiederholungen ab, haben wir halt immer die gleiche Wiederholungsgeschwindigkeit und die gleichen Pausen dazwischen, also diese kleinen Mini-Pausen, dass man mal atmen muss. Ist das etwas, was du auch oder wie behandelst du dieses Thema in der Praxis? Ja, grundsätzlich versuche ich schon irgendwo zu bestärken, dass du da irgendwo eine gewisse Konstanz hast. Heißt, dass du eben nicht bei den letzten Wiederholungen fünf bis zehn Sekunden pausierst, um gegebenenfalls noch ein bis zwei Wiederholungen mehr mitzunehmen. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass das in den wenigsten Fällen in der extremen Form durchgeführt wird und das sollte sich auch irgendwo sozusagen begradigen über die Zeit. Heißt, wenn ich mir eine Trainingsleistung in Woche eins anschaue und in Woche zwölf, sollte das letztendlich, wenn ich diese Form der Interest-Set-Pausen nicht zu extrem ausführe, sollte das auch nicht zu einen hohen Einfluss darauf nehmen, weil diese Pause, die ich vielleicht statt zwei über drei Sekunden gestalte, einfach nicht diesen Einfluss auf meine Fähigkeit haben sollte, wie viel Wiederholungen kann ich akkumulieren oder nicht. Wenn ich natürlich bei einer Kniebeuge fünf bis zehn Sekunden da stehe und warte, bis ich die nächste Wiederholung einleite, kann das natürlich sein, dass das Bild sozusagen irgendwo ja, sozusagen nicht, oder diese Leistung eben akut nicht mehr so aussagekräftig ist, wie sie sein könnte, weshalb ich da grundsätzlich schon versuchen würde, nicht unbedingt Constant-Tension-Training auszuführen, aber einfach zu schauen, dass ich vor allem bei Mehrgelenksbewegungen sicher sozusagen mein Setup ausführe und dann die nächste Wiederholung einleite und eben versuche, diese Intraset-Pausen nicht zu stark auszureizen und dann sollte das meiner Erfahrung nach auch nicht zu einen großen Einfluss darauf nehmen, ob meine Trainingsleistung dann aussagekräftig ist oder nicht. Sollte auch jeder Trainierende, glaube ich, merken, wann er sich da selbst vielleicht ein bisschen beschummelt halt, wenn diese genau zehn Sekunden dann doch eintreten und dann nochmal zwei Wiederholungen absolviert werden oder wie auch immer. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass wir Stagnation im Training haben, das ist natürlich auch etwas, womit wir immer wieder konfrontiert werden, was ist für dich überhaupt Stagnation, wenn es um Hypertrophie-Training geht? Finde ich einen wichtigen Faktor. Ja, da ist natürlich auch wieder sehr wichtig, irgendwo das Trainingsalter der Person mit einzubeziehen und irgendwo den Entwicklungsstand der Person. Heißt, wenn ich relativ fortgeschritten bin, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr, sehr hoch, dass ich nicht von Woche zu Woche einen Anstieg in meiner Trainingsleistung beobachten werden kann, was aber nicht bedeutet, dass ich keine Hypertrophie erzeuge, weil dieses Ausmaß, was ich sozusagen an Hypertrophie nach einer Trainingseinheit oder kumuliert nach einer Trainingswoche erreiche, ist einfach nicht mehr so hoch, dass sozusagen das Tool der Trainingsleistung ausreichend akkurat dieses Ausmaß an Anpassung aufgreifen kann und andererseits natürlich auch innerhalb eines Trainingszyklus ein gewisses Ausmaß an akkumulierter Ermüdungen steht. Heißt, meine Trainingsleistung oder das, was ich eigentlich imstande bin, abzurufen, wird so ein bisschen überdeckt durch die Ermüdung der vorangegangenen Einheiten. Dementsprechend würde ich vor allem als weiter Fortgeschrittener vielmehr schauen, was passiert von Zyklus zu Zyklus, was passiert in einem Zeitrahmen von zwei Zyklen und wenn ich dann sehe, okay, meine Trainingsleistung stagniert eher, würde ich einerseits schauen, wie fühle ich mich grundsätzlich, fühle ich mich mehr niedergeschlagen als sonst, ist meine Motivation für das Training geringer als sonst, wie gestalte ich letztendlich die Ernährung, habe ich ein ausreichendes Ausmaß an Kalorien, das ich zuführe, wie hat sich dementsprechend das Gewicht bewegt, habe ich eine ausreichend hohe Proteinzufuhr, weil das natürlich auch alles Variablen sind, die irgendwo damit einspielen, ob ich mich anpasse oder nicht, weil das eine ist der Trainingsreiz, aber das andere ist, was passiert nach dem eigentlichen Trainingsreiz und wenn ich mich in dem Zeitraum eben nicht angemessen erholen kann und eben die Nährstoffe zuführe, die benötigt werden, um neue Proteinstrukturen aufzubauen, wird es auch nicht so sein, dass ich mich davon in dem Ausmaß zumindest anpasse, wie ich eigentlich könnte, heißt der Trainingsreiz ist vielleicht sogar ausreichend, aber das, was ich sonst mache, ist sozusagen in der Hinsicht nicht zielführend und wenn ich da irgendwo sicher gehen kann, okay, bin ich einerseits erholt, heißt, habe ich ein Delo durchgeführt, sehe aber immer noch keinen Fortschritt in der Trainingsleistung über einen Zeitraum eben von mehreren Wochen, kann es eben so sein, dass ich von etwas mehr Arbeit profitieren kann, es kann aber auch einfach sein, dass die Qualität meiner Arbeit geringer geworden ist, heißt, wie führe ich die Übungen aus, wie intensiv führe ich die Übungen aus, wenn ich eine API 8 einplane, ist es wirklich auch eine API 8 oder ist es vielleicht eine API 5, es wird nicht so sein, dass wenn ich kleine Schwankungen in meiner relativen Intensität habe, beispielsweise wenn ich statt einer API 8 eine API 7 oder 9 ausführe, dass der Stimulus signifikant anders sein wird oder die Trainingsanpassung davon, aber wenn ich zum Beispiel sehe, dass ich in meiner Kniebeuge keine Fortschritte mache oder beim Quadrizeps über mehrere Monate keinen Fortschritt erkenne, kann es natürlich sein, dass ich auch die Übungen einfach nicht ausreichend intensiv trainiere und das kumuliert dann dazu führt, dass die Anpassung für das Maß an Arbeit, was ich verrichte, bezogen auf die Anzahl der Arbeitssätze, einfach sozusagen nicht so hoch ausfällt, wie es sein könnte. Und wenn ich hier wiederum sage, okay, das ist alles abgedeckt, ist der nächste Schritt eben natürlich, kann ich beispielsweise mittels Spezialisierungszyklen oder einfach einem leichten Anstieg der Volumina dafür sorgen, dass eben wieder über diesen Zeitraum ein gewisses Maß an Fortschritt auftritt. Heißt, wir haben natürlich immer irgendwo die variable Volumen, die einen wichtigen Faktor darstellt, aber es ist eben nicht die einzigste Einflussgröße, die irgendwo darüber bestimmt, ob ich mich anpasse oder nicht. Und wenn ich eben diese anderen Faktoren abgehakt habe und diese vielleicht auch verändert habe und trotzdem keine Anpassung in den Zeiträumen stattfindet, kann es natürlich sein, dass ich eben dann von etwas mehr Arbeit profitiere und da ist dann auch der logische Schritt natürlich, dass ich irgendwo für einen gewissen Zeitraum zumindest den Umfang erhöhe, um zu sehen, ob das dann letztendlich zur Anpassung führt oder nicht. Finde ich eine sehr, sehr gut abgebildete Abfolge der Maßnahmen oder das, was man betrachten sollte. Wenn diese Stagnation halt wirklich stattfindet, fand ich halt wichtig, mal zu thematisieren, wenn man es jetzt mal wieder aufs Kleine runter bricht, also sozusagen die von Woche zu Woche, von Einheit zu Einheit, von Mikro- zu Mikrozyklus Blickwinkel ist, finde ich ganz oft, gerade wenn Athleten noch jünger sind oder sehr ambitioniert sind, eine gleichbleibende Leistung gleich mit Stagnation einhergehend halt. Und da hast du ja auch gesagt, man muss natürlich immer den Faktor Ermüdung mit einbeziehen und wenn man das halt mit einrechnet, könnte man auch argumentieren, dass eine gleichbleibende Leistung sogar eine Progression ist in dem Sinne halt. Also das finde ich halt auch immer wichtig, mal so ein bisschen zu erwähnen, dass man sich ab einem gewissen Grad auch durchaus damit zufrieden geben kann und auch vielleicht sogar eher das Ganze positiv für sich rahmen kann, wenn man eine gleichbleibende Leistung hat. Ja, absolut. Also ich glaube, es ist auch irgendwo so eine gewisse Kunst zu akzeptieren, dass ich einfach mal mehr oder Wochen lang genau die gleiche Wiederholungsabfolge bei gleicher Satzanzahl und Intensität absolviere und dann nichtsdestotrotz vielleicht nach dem nächsten D-Load irgendwo ein Anstieg meiner Leistungsfähigkeit erkennbar ist, weil das letztendlich auch dazu führt, dass die Trainingsdaten, die ich sozusagen durch die absolvierten Einheiten sammle, viel aussagekräftiger sind, als wenn ich sozusagen die Annahme entwickle, dass ich wirklich von Einheit zu Einheit mehr machen muss als davor, um Hypertrophie zu erzeugen, weil das natürlich schnell dazu führt, dass ich irgendwo komplett meine relative Intensität, die ich geplant habe, missachte oder das Bewegungsmuster verändere und davon ausgehend dann irgendwo aufschreiben kann, okay, ich habe mehr gemacht, ich habe irgendwo den Job erledigt, aber eigentlich habe ich sogar vielleicht den Stimulus reduziert und wenn wir ins Training gehen, sollte irgendwo unsere Intention natürlich schon sein, stärker zu werden, aber nicht auf Kosten dieser Variablen, heißt, ich möchte natürlich schon irgendwo vollen Einsatz zeigen, aber das Ziel einer Trainingseinheit ist nicht unbedingt immer einen Leistungsanstieg zu verzeichnen, sondern einen Stimulus zu erzeugen und dieser Stimulus hängt natürlich irgendwo auch davon ab, wie führe ich die Übung aus, ist die Übung ausreichend intensiv und wenn ich diese Parameter abdecke und dann einfach mal ein paar Wochen vielleicht das Gleiche mache, aber danach sehe, okay, nach Ermüdungsabfall habe ich ein höheres Leistungsniveau, kann ich auch davon ausgehen, dass ich in den vorherigen Wochen sehr viel richtig gemacht habe und ich kann diese Trainingsdaten, die ich in diesem Zeitraum gesammelt habe, auch deutlich besser interpretieren, als wenn ich sozusagen alle zwei Wochen einen Technikreset machen muss, weil ich mir eingeredet habe, von Einheit zu Einheit stärker werden zu müssen, stärker werden zu wollen und stärker werden zu müssen, ist ein kleiner, aber ein feiner Unterschied, wenn es dann letztendlich um die Umsetzung der einzelnen Einheiten geht und ich glaube, wenn man das sich noch mehr in den Hinterkopf, mehr sozusagen das irgendwo in die Trainingsphilosophie einspielen lässt, dass das auch sehr dabei helfen kann, ja, wirklich einen höchstmöglichen Stimulus bei der Einheit zu erzeugen, der eben nicht unbedingt von einer höheren Trainingsleistung abhängig ist. Finde ich interessant, wenn man das jetzt nochmal so auf die Sichtweise überträgt und das ist auch etwas, was ihr, der Johannes und du, ihr habt ja gerade ein Buch rausgebracht, was sozusagen Muskelaufbau auf den Punkt bringt, ist glaube ich auch der der Titel des Buches. Die Materie und Paraxis auf den Punkt gebracht. On point. Da finde ich halt auch eine Perspektive, die ihr da eingeht, die ich sehr, sehr wichtig finde, auch wieder die Frage nach dem Henne, das Henne oder das Ei, was war zuerst da, muss ich halt in dieser Trainingseinheit, die ich jetzt zum Beispiel heute absolvieren werde, den Reiz setzen, der dafür sorgt, dass ich Adaption erfahre oder ist das, was ich heute leisten kann, ein Produkt dessen, was ich in der Vergangenheit an Reiz gesetzt habe. Vielleicht kannst du das nochmal wiedergeben, weil das finde ich auch eine sehr, sehr, wie soll ich das sagen, langfristig gesunde, einen gesunden Blickwinkel aufs Training gibt. Moin Moin, Arne hier, ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die Netto-Hypertrophie hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie, du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Handel oder doch eher die Mind-Muscle- Connection Priorität hat, ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen. Kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Die Netto-Hypertrophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von vier Monaten über drei Phasen, also drei Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle drei Phasen möglichst viel Netto-Hypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst, zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich dich bei der Netto-Hypertrophie. Ja, absolut. Also das geht ja wieder auf den Punkt zurück. Warum bin ich eigentlich stärker? Bin ich stärker, weil ich sozusagen akut mehr Leistungsfähigkeit in der jeweiligen Einheit abrufen muss oder bin ich stärker geworden, weil ich durch die vorherigen Trainingseinheiten dafür gesorgt habe, dass eben mein Kraftniveau in dem Wiederholungsbereich, den ich eben nutze für die jeweilige Übung, dass ich stärker geworden bin. Und der Fakt, dass ich dann sozusagen mehr Wiederholungen mit dem gleichen Gewicht absolvieren kann für die gleiche relative Intensität oder mehr Gewicht für die gleiche Wiederholungszahl und relative Intensität ist dann letztendlich einfach eine Antwort auf diese Progression, um letztendlich den Stimulus auf einem ähnlich hohen Maß zu halten wie in der vorherigen Einheit. Heißt, wenn ich sozusagen eine Anpassung erreicht habe, die auch dazu geführt hat, dass meine Trainingsleistung steigt, beispielsweise ich habe in Woche eins acht Wiederholungen mit 100 Kilo und einer API acht erreicht und in der zweiten Woche konnte ich neun Wiederholungen mit 100 Kilo und einer API acht erreichen, ist diese zusätzliche Wiederholung sozusagen einfach eine Entscheidung dafür, dass ich den Stimulus, der irgendwo durch die relative Intensität anhand dieser gemessen wird, dass ich diesen aufrechterhalte, um letztendlich weiterhin ein ähnliches Ausmaß an Anpassung erzeugen zu können. Aber das ist natürlich nicht das, was unbedingt von Einheit zu Einheit auf jedem Trainingsniveau passiert. Und dementsprechend sollte einfach diese Trainingsleistung, die ich abrufe, vielmehr aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht so verstanden werden, dass es irgendwo eine Kombination dieser Trainingsvariablen ist, um diesen Stimulus zu erreichen. Und wenn ich natürlich ein höheres Kraftniveau erreicht habe und sozusagen Progression in meiner Leistungsfähigkeit ermöglicht habe, dass ich dieses höhere Leistungsniveau sozusagen dadurch ausdrücke, indem ich mehr Wiederholungen mache oder Gewicht hinzunehme und dadurch eben durch die gleichbleibende API den Stimulus auf einem gleichen Niveau halte. Finde ich, ja, sollte man sich immer mal vor Augen rufen oder sich dieses Konzept verinnerlichen. Es macht, wie gesagt, es lässt einen gesund über Training sozusagen denken, dauerhaft. Wenn man jetzt noch mal so ein bisschen darauf eingehen würde, wie man Fortschritt jetzt rein von der Physik, vom äußerlichen Bild tracken könnte oder monitoren könnte, wie siehst du das da so in der, ja, wenn man jetzt in der Off-Season ist, kann man da nach optischen Fortschritten gehen? Ist das nützlich, ist das brauchbar oder gehst du da rein nach Trainingsperformance oder eher nach Trainingsperformance? Ich würde sagen, sowohl als auch. Also das ist, wie gesagt, auch ein Parameter, der irgendwo im Kontext des Individuums verstanden werden sollte. Heißt, wenn ich fortgeschritten bin, kann ich natürlich nicht erwarten, dass ich heute Update-Bilder mache und in zwei Wochen und in zwei Wochen ist mein Oberarmumfang gefühlt um zwei Zentimeter gewachsen. Diese visuellen Unterschiede werde ich vermutlich nicht wahrnehmen können und das ist dann auch eher eine Sache, die mich tendenziell mehr verrückt macht, als dass sie mir hilft, weil es kann natürlich sein, dass meine Trainingsleistung in der Zeit ansteigt, aber dieses Ausmaß sozusagen an Hypertrophie, was zu dieser höheren Trainingsleistung geführt hat, bedeutet natürlich nicht, dass ich das sofort optisch auch in höherem Ausmaß wahrnehmen werden kann. Und dementsprechend sollte ich irgendwo diese Abstände, wo ich irgendwo auch so ein bisschen diesen Physik-Check sozusagen involviere und davon ausgehend auch schaue, wo sind meine Schwachstellen, wo sind meine Stärken, wie kann ich das irgendwo durch die Trainingsplanung aufgreifen, warum sind das vielleicht sogar meine Schwachstellen, wie war dort die Trainingsleistung, da habe ich, wie gesagt, ausreichend intensiv trainiert, nicht nur habe ich ausreichend viel Volumen akkumuliert. Und davon ausgehend kann ich natürlich irgendwo meinen Fortschritt schon evaluieren, aber ich sollte natürlich auch irgendwo beachten, dass in kurzen Zeiträumen vermutlich nicht diese visuellen Unterschiede vorhanden sein werden, obwohl ich vielleicht sogar Muskulatur aufbaue, weil dieses Ausmaß an Muskulatur einfach nicht diesen direkten Übertrag auf signifikante Veränderungen in der Optik haben wird. Und dementsprechend würde ich das definitiv machen, weil es natürlich auch so ist, dass wenn ich ein ausreichendes Maß an Arbeit absolviere, dass ich Unterschiede sehen werde. Also ich arbeite teilweise mit Leuten, die haben 15 Jahre Trainingserfahrung und du siehst trotzdem, wenn du Bilder von Juni 2020 und Bilder von Januar 2021 vergleichst, siehst du kleine, aber feine Unterschiede, die auf jeden Fall aufgetreten sind. Aber ich sollte vermutlich diese Zeiträume irgendwo realistisch gestalten, wo ich diese Evaluation sozusagen vornehme und irgendwo auch versuche, Rückschlüsse zu treffen, ob das Training dann dazu geführt hat, ob sozusagen auch meine optischen Schwachstellen aufgegriffen wurden oder eben auch nicht. Ich finde es halt immer relativ schwer, das so zu quantifizieren, aber was man immer sehr gut nutzen kann, wenn man halt längere Zeiträume nimmt, ist natürlich ein gewisses Körpergewicht und dann eine Körperkomposition zu vergleichen. Das kann man immer doch relativ gut machen. Das Einzige, was man da braucht, sind halt ungefähr gleiche Lichtverhältnisse und ja, wo es dann oft hapert. Aber ja, auch man will natürlich optisch sehen, dass was passiert. Deswegen die Frage danach. Cool. Dann zum Abschluss eine Frage, die eigentlich komplett aus dem Rahmen fällt. Alles, was wir vorher besprochen haben, für mich halt so ein bisschen. Ich weiß nicht, warum das so ein Thema geworden ist in den letzten Monaten anscheinend, aber ich mache ja bei Instagram gerne mal Fragerunden. Und es kommt immer wieder die Frage auf, was ist mit Hyperplasie? Ist das was, womit wir uns beschäftigen sollen? Ist das irgendwie relevant? Kommt auch ganz oft im Übertrag mit Stretching, Intraset-Stretching irgendwie auf. Da du ja sehr, sehr stark in der ganzen Sportwissenschaft drin bist, was ist so der Stand? Was könnte es für Theorien geben? Ja, also da kann man sich, denke ich, auf ein Review von Jorgensen und Stuart Phillips und glaube ich noch einen Forscher beziehen. Stuart Phillips ist ein relativ bekannter Forscher, wenn es um Muskelhypertrophie geht. Und die haben, glaube ich, auch vor knapp zwei Jahren eben ein Review publiziert, wo es eben darum ging, welche Teile des Muskels wachsen sozusagen nach Krafttraining. Und das kannst du eben in verschiedenen Ebenen betrachten. Du kannst dir natürlich den gesamten Muskel ansehen. Du kannst dir die Muskelfaserbündel ansehen, die Muskelfasern, die Myofilamente. Das sind sozusagen die Abschnitte, wo diese Sarkomere, also die kleinsten kontraktilen Einheiten im Muskel vorhanden sind. Und du kannst dir eben in diesen einzelnen Ebenen genauer oder ungenauer ansehen, was wächst da oder was vermehrt sich und was vermehrt sich vielleicht nicht. Und Hyperplasie bezieht sich einfach darauf, dass sich sozusagen entweder diese Myofilamente nicht vergrößern, also sozusagen im Durchmesser wachsen oder in Länge wachsen, sondern dass sie sich in der Anzahl vermehren. Und das kann man dann eben beispielsweise auch auf die Muskelfasern beziehen. Und da ist es so, dass es dafür im Vergleich zum Beispiel zu einer Vergrößerung der einzelnen Muskelzellen sehr wenig Evidenz, also es scheint so, dass da sehr wenig Evidenz vorhanden ist, ob das einerseits bei normalem Krafttraining auftritt. Es gibt zum Beispiel relativ extreme Formen von Tiermodellen, wo beispielsweise konstant Gewicht an Flügel von Vögeln gehangen wurde und man eben gesehen hat, dass eben ein extremes Ausmaß an Muskelhypertrophie auftritt und dort eben auch scheinbar die Muskelfasern in der Anzahl vermehrt waren. Aber man weiß eben nicht, ob und ab welchem Punkt und sozusagen nach welcher Art von Krafttraining, also in welchem Wiederholungsbereich, in welchem Intensitätsbereich hinsichtlich der relativen Intensität dies eventuell auftritt. Und da gibt es, soweit ich es überblicke, eben keine praktische Relevanz oder keine praktischen Empfehlungen, wie ich jetzt beeinflussen kann, ob sozusagen die Muskelzelle sich vergrößert oder ob mehr Muskelzellen entstehen. Und das ist dann auch keine Sache, die ich zum aktuellen Zeitpunkt irgendwo versuchen würde, in der Trainingsplanung aufzugreifen, weil es dafür einfach keine Anhaltspunkte gibt. Und mein Gedankengang ist halt auch immer, wir werden es wahrscheinlich nie rausfinden, weil du wirst nie Menschen finden, die sich in der Hinsicht untersuchen lassen werden oder dort Gewebe entnehmen lassen werden. Das wird einfach nicht passieren. Ich hoffe auch nicht, dass es passieren wird, obwohl es interessant wäre. Das wäre dann kein guter Prozess. Deswegen finde ich es halt auch immer schwer zu beantworten. Ich finde, es ist halt immer ein sehr attraktiver Gedanke, dass das passieren könnte. Und ja, vielleicht findet man da irgendwann mehr raus, aber... Ja, es gibt zum Beispiel auch die Spekulation, dass Hyperplasie auftritt, wenn du PEDs, also Performing Enhancing Drugs, verwendest. Aber das ist auch mehr Spekulation, als dass es wirklich in der Literatur irgendwo, ja, wirklich evaluiert wurde und empirisch getestet wurde. Deswegen, wie gesagt, also um da als Fazit zu ziehen, ich würde von der Evidenz, die man dazu hat, nicht davon ausgehen, dass es irgendeine praktische Applikation zum aktuellen Zeitpunkt dafür gibt, das irgendwo im Training aufzugreifen oder dass man das überhaupt im Training aufgreifen kann, was eben auch unklar ist. Ja, also derjenige, der halt alles optimiert hat und alles, was schon belegt ist, anwendet, der kann es dann vielleicht mal als Studio an sich selber ausprobieren. Aber ich glaube, das sind dann vielleicht genau die Top 5 beim Mr. Olympia und die haben halt, ja, auch da. Ja, also so wie ich das verstehe, auch wenn du das sozusagen evaluieren möchtest, gibt es eben einerseits die Methode, dass du quasi einen Teil vom Muskelquerschnitt nimmst und dann sozusagen schaust, sind mehr Muskelzellen vorhanden oder nicht, was aber natürlich ungenauer ist, weil das nicht bedeutet, dass das sozusagen repräsentativ für den gesamten Muskel ist, weil du eben nur einen Teil entfernst. Und die zweite Möglichkeit wäre eben, dass du den gesamten Muskel entfernst und dann im gesamten Muskel zählst, wie viele Muskelfasern sind vorhanden. Und ich glaube, dass die Top 5, die da sozusagen das Ziel haben, maximale Muskelmasse zu erreichen, ungern ihren gesamten Muskel opfern. Deswegen wird das eine Sache sein, wo wir ja vermutlich so zumindest in diesem angewandten Bereich in Zukunft nicht so viel Wert drauf legen werden können oder sollten, wie auch immer. Bleiben wir also bei der Hypertrophie. Ja, Freddy, vielen, vielen Dank für den Input. Und wenn wir schon dabei sind, ich habe ja das Buch schon angesprochen, erzähle gerne mal, worum sich das Buch handelt. Ich habe es ja schon jetzt, glaube ich, fast zu 80 Prozent gelesen. Von mir eine ganz klare Empfehlung. Habe ich dir auch schon zurückgemeldet, dass das Buch im deutschsprachigen Raum aus meiner Sicht dann so eine Lücke schließt, was rein jetzt Hypertrophie angeht. Von daher, wie seid ihr darauf gekommen, das Buch zu schreiben? Und was beinhaltet das? Ja, vielen Dank erstmal für das Kompliment. Freut mich auf jeden Fall, dass jemand wie du, der eben auch sehr tief in der Materie ist, das Gefühl hat, dass das Buch irgendwo empfehlenswert ist und die relevanten Themenbereiche aufgreift. Die Idee war grundsätzlich, dass man eben ein E-Book auf den Markt bringt, was eben einerseits diese Mechanismen in kompakt der Form aufgreift und eben die Evidenz, die wir dazu haben, wie entsteht eigentlich Muskelaufbau, was ist Muskelaufbau, was hat es eigentlich mit dieser Muskelfaserrekrutierung auf sich. Und andererseits wird in dem E-Book natürlich aufgegriffen, wie kann ich die einzelnen Trainingsvariablen manipulieren, sodass ich zumindest ausgehend von den Untersuchungen, die wir dazu haben, einen Startpunkt habe, wo ich davon ausgehen kann, dass ich mich in einem effektiven, striktlich effizienten Bereich befinde und welche Tools benötige ich, um letztendlich ausgehend davon, über die Zeit zu evaluieren, ob ich mich zielführend sozusagen bewege oder eben auch nicht. Und das ist irgendwo so auch der Hintergedanke bei dem Buch gewesen, dass du einerseits so ein bisschen das theoretische Verständnis hast und andererseits aber auch Tools hast, die dir ermöglicht, eben deine eigene Trainingsplanung aufzustellen. Und so ein wichtiger Kernpunkt, der für uns sozusagen vorhanden sein muss oder der eben so in der Idee auch eine wichtige Rolle gespielt hat, ist, dass wenn man eben das E-Book kauft, dass man lebenslange Updates kostenlos hinzubekommt, einfach aus dem Gedankengang heraus, dass sich natürlich auch die Wissenschaft weiterentwickelt und in zehn Jahren vielleicht viele Dinge, die in dem Buch drinstehen, nicht mehr wirklich dem State of the Art entsprechen. Und dementsprechend, ja, bei uns ist das sehr wichtig, dass man sozusagen ein sich entwickelndes Produkt rausbringt, was sozusagen den Leser auch irgendwo dem aktuellsten Stand der Wissenschaft sozusagen ermöglicht. Und ja, genau, da bin ich sehr gespannt, wann wir die zweite Version rausbringen können. Eigentlich wollten wir, eigentlich haben wir das zum Ziel, das dieses Jahr soweit schon umzusetzen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es so auch recht gut angekommen ist. Genau, und mehr Werbung will ich eigentlich auch gar nicht machen. Also, ich kann nur sagen, dass, wenn ihr die Themen aus dieser Podcast-Episode irgendwie für euch interessant sind und das ist ja das Thema Hypertrophie, werdet ihr in dem Buch sicherlich auch noch mal vieles mehr finden und ganz, ganz viele Eckpunkte, die man immer wieder vor Augen hat und die man vielleicht auch schon, ja, eigentlich immer anwendet. Selbst wenn du sagst, ja, auch ich bin da eigentlich auch immer täglich in der Materie drin, gibt das Ganze noch mal wieder, bringt es das Ganze sehr, sehr wieder gut auf den Punkt und bringt die Punkte zusammen und das ist immer etwas, was einem, was man hin und wieder einfach braucht, auch wenn man, ja, auch viel schon darüber weiß halt. Also, auch für diejenigen unter euch, die jetzt sagen, ja, ich habe halt nicht schon alles gelesen, ist trotzdem eine ganz klare Empfehlung meinerseits, sich das Buch trotzdem zuzulegen. Findet ihr alles unten in der Beschreibung oder in den Shownotes. Diesmal habe ich es richtig, YouTube oder Podcast, wo auch immer. Ähm, wie gesagt, klare Empfehlung. Ähm, Freddy, wo finden die Leute dich, dich sonst, äh, im Internet, ähm, bei Instagram wahrscheinlich? Ja, genau, also am besten einfach auf Instagram meinen Namen eingeben. Ich bin da so semi-aktiv, also keine täglichen Posts, bitte erwarten. Ähm, und ja, sonst einfach über die Webseite lpmethits.de. Dort findet man unter anderem auch den Link zu dem Store. Genau, und das sind eigentlich so die wichtigsten Anlaufstellen, denke ich, wenn jemand Fragen haben sollte oder ähnliches. Cool. Dann danke ich dir für deine Zeit, für den Input. Ähm, wie gesagt, auch das wird alles in den Shownotes und alles verlinkt sein. Ähm, und dann sehen wir uns wahrscheinlich schon ein paar Wochen vielleicht wieder mit dem Johannes zusammen. Dann werden wir das, äh, nochmal zu dritt, äh, eine Thematik besprechen. Und, äh, danke den Zuhörern für die Aufmerksamkeit. Und, äh, ja, sage bis zum nächsten Podcast. Danke dir, Arne. Tschau. Tschau.